willkommen zurück in dunkel und rot schwarz und rot quasi in dungeons 2 wir haben noch dinge zu tun sehr viele dinge unaussprechliche dinge quasi plus 25 prozent kritische treffer chance wo ist unser das ist glaube 18 die haben verschiedene level jetzt sehe ich es hier du kommst mal weg oder sieht ja schon irgendwie sexy aus weißt du was nee lass das du kommst weg du kommst dahin der sieht nämlich gut aus und dann machen wir hierzu und da machen wir auf wobei ich da noch einfach hier in den weg machen kann dinge auch man will es ja schön haben in seinem dungeon ok aber zwei dazwischen zwei türen sehen halt doof aus aber das hat was hier mit zwei wänden schauen wir mal wie teuer ist es 940 geht ja noch es sind feinde in eurem dungeon ja die werden keinen spaß haben nicht jetzt am adams das rot äh ja drei hier und drei davon und du und du wir beiden kommt auch noch mit da hoch oh wir haben max gold sekunde einmal du einmal du dass ich das noch erleben darf die schatzkammer war voll als die kreaturen der horde die clanschefs trollolo und grum erreichten loderte in deren augen kein dämonisches feuer mehr und beide schlossen sich erfreut dem ultimativen bösen an das umsichtige böse widerstand dem drang die beiden für ihren verrat zu bestrafen vorerst momentan konnte es jede hilfe brauchen dieser eigentlich gute held war mit den dämonen im bunde und diese widersetzten sich der kontrolle des unsagbaren bösen das konnte nichts gutes bedeuten zumindest nicht für das ultimative böse der weg zum dungeon der clanschefs wurde offenbar von einigen nach wie vor korrumpierten trollen bewacht die unaufhörlich die schlucht mit steinen bombardieren das gut gerüstete böse würde hier gut auf seine truppen aufpassen müssen oder die in guter masselter klasse takt in den durchschicken wie man es von der horde gewogen war der trollhäuptling grum starb einen heldenhaften tot zumindest wird es so später in den geschichten stehen über seine abhängigkeit von dämonen blut müssen wir ja nicht reden einige verwirrte kreaturen stellten sich der horde des ultimativen bösen entgegen allerdings nur kurz dann war ihr ende besiegelt das ist ja doof ach da haben wir wieder die schratztruhe weißt du was? warte mal find ich gut find ich sogar sehr gut ähm 1,1,2 oh da ist krumm guck mal an ihr habt keinen mana mehr heilen kann ich nicht Ignoriert die truhe ignoriert die truhe ignoriert die truhe ignoriert die truhe mehr was war jetzt ein bisschen doof Ach, das ist dann jetzt die Chaos-Schmiede. I see. Ich würde das hier gerne noch so machen, aber das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Auf der einen Seite haben wir krumm unten. Sehr schön. Ja, das funktioniert. Wer bist du denn? Das ist Trollolo. Der Eisenpelz. Ach so. Ach ja. Ach so. Ah, die kann man nicht ausbauen. Oh, da war kaputt. Kalupso. Liam Neeson. Wer war denn das? Wer war denn hier am Niesen? Wer war denn hier am Niesen? Da haben wir nicht. Okay, das war einer von zwei Gobbos, die dazugekommen sind. Die Truppen des ultimativen Wesen durchsuchen weiter den Dungeon der Trollen. Auf welche schrecklichen Geheimnisse würden sie hier nur stoßen? Die Kreaturen des forschungssüchtigen Bösen hatten eine Chaos-Schmiede entdeckt. Hier produzierten Trolle mächtige Verbesserungen für die gesamte Horde. So etwas würde sich auch in seinem Dungeon gut machen. Hier ist noch ein bisschen was. Komm mal noch zurück. Da war nur der Rüstung plus eins. Hast du schon was? Der regenerierende. Ja, hast du. Okay. 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 Wir haben nicht viel Mana, aber das könnte eng werden. Ich werde das mal sehen. Dein schlug von den Schmieden zu machen. Das ist einfach so ein Kampfsistent. Oh. Bin ich gut. Bin ich gut. Bin ich gut. Machen wir. So, hier wird schön gebraut. Die Spinnen können wir auch noch mitnehmen. Okay, der ist gut. Interessantes Hamsterrad. Waschung. Oh, haben wir jetzt die... Haben wir jetzt die Bösartigkeit Stufe 2? Haben wir... Nicht. Ich benutze Bösartigkeit. Das ist ein seltsamer... Es sind Feinde in eurem Dungeon. Und da oben kommen Dämonen rein. Also war es doch sinnvoll. Ich wüsste gerade gerne, warum hier jetzt auf einmal alles weg stirbt. Kommt ihr nicht ran oder was ist das? Was? Wenigstens war das alles hier unten im Dungeon. Wolter, die Schmolter. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Ach. Ja. 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 Den haben wir angebuddelt. Hier gibt es dann noch ein Kristallarium. Kristallkammer. Das ist gut. Das scheint auch langsam zu funktionieren. Ich liebe es. Wir beiden. Und du. Und du. Und... Ja. Liam hat schießen. Komm mal her. War einer doch ein bisschen zerletzt. Hm. Es ist aber noch ein bisschen was frei. Okay. Komm aber nicht ran. Wahrscheinlich. Secret Secrets. Who the hell is Secrets? Mahlzeit. Er hält keinen Sold. Mahlzeit. Mahlzeit. Ah. Schau, Tag. So, sehr schön. Die Duzen weg. Was wärst Du denn für ein ungeduldiger Erzähler? Ah, das sind jetzt die Trolle, glaube ich, die inzwischen sind. Oder meine Einheiten sind einfach ziemlich kaputt. Das kann auch sein. Durchaus möglich. Ich hätte ja gerne den... Die können wir ja mal machen. ...bald eingefangene Trolle die Ausrüstung der Horde zu verbessern haben würden. Das Arbeitsgerät in der Höllenschmiede war errichtet und der Raum bereit. Nun konnte das ultimative Böse hier nach Herzenslust bösartige Ausrüstungsverbesserungen anfordern und erforschen lassen. Können wir das? Wenn der Chaos-Schmiede auch wirklich genutzt werden konnte, war es vonnöten, ein Arbeitsgerät zu errichten. Was das clevere Böse selbstverständlich auch sofort in Angriff nahm. Erinnert Ox daran, weniger Baby-Putter zu verwenden, um ihre natürlich ledrige Haut zurückzuerhalten. Entschuldigung. Oh, Kriegshund. Hauptmänner absolvieren ein Hundeführungstraining und können vordern einen Kriegshund herbeirufen, der an ihrer Seite kämpft. Nehm ich. Was haben wir hier denn alles? Was haben wir jetzt so für Schnodderlinge? Wir nehmen über Zeit. Bereits erforscht. Antreiben. Bewegen und arbeiten schneller. Klingt nach dem Plan. Ox, das haben wir hier. Aufliche Lederhaut. Trolle. Trolle lernen etwas über Hebelwirkung und können noch fester zuschlagen. Eingraben. Trollefähne können sich eingraben. Nicht nur zum Entsorgen von Leichen praktisch, sondern durch die zusätzliche Standfertigkeit können sie härter und weiter... Oh, 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 oh. Bereitsschaden. Logischerweise kann man sich eingegraben nicht mehr bewegen. Geht's das so? Wie sieht man Nagern aus? Durch Energydrinks werden eure Nagers energetischer und regenerieren Energie deutlich schneller. Oh, ja, das... Oh, ja. Auf jeden Fall. Unverbesserte Heilung könnte auch was sein. Das uns Spaß machen könnte. So. Effektive Räume sind effektiv. So, Tüftler mäßig. Das ist Schmiedefeuer. Ja, gut, denn... Wollten wir das ja nicht so lange haben. Die Mission. Es ist einfach so, die Dinger sind Ewigkeiten lang. Weil ich möchte bauen. Das ist total unnötig, aber es ist... Ich möchte bauen. Ich möchte bauen. Kann ich die nicht irgendwie... Äh, ihr beiden. Und ihr beiden. Und... Ihr... Geht... Dahin, damit wir die Mission endlich mal beenden. Oh... Geht... Du... uh... Geht... 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 Alter. Der macht aber böse und er kommt jetzt nicht mehr raus. Na gut. Doch überlebt. Die Schafe bei einem orkischen Familientreffen. Als Bonus sozusagen tat sich ein Plateau auf, das sehr nahe an dem dämonischen Kristall lag. Vielleicht könnte ich hier ein Trollfelsenwerfer nützlich sein. Von seinem Plateau aus konnten die Kreaturen des unerfreuten Bösen das unnatürliche Pulsieren eines dämonischen Kristalls erblicken. Dieser Kristall befand sich an der Oberfläche und man konnte ihn nicht erreichen, ohne seiner Macht zu verfallen. So, die Felsenwerfer. Glücklicherweise hatte das dem Missionsverlauf folgende Böse erst vor kurzem die Trollfelsenwerfer rekrutiert. Eine derartige Einheit konnte sich eingraben und so vom Plateau aus den Kristall angreifen. Der dritte ist unten. Der dritte ist unten. Solltet ihr nicht den Kristall angreifen? Machen sie nicht automatisch. Oder sowas. Mit ihren gewaltigen Felsen zerschmetterten die Trolle den dämonischen Kristall und bereiteten so der Aura ein Ende. Die Horde marschierte wieder. Das wirst du büßen. Das wahre Böse ist nicht aufzuhalten. Ah ja. Ist schon recht. Ich wollte gerade sagen, die Hälfte unserer Leute ist... Da ist gar nicht mehr dabei. Das Lager der Allianz ging in Flammen auf. Eine innere Stimme und die Missionsanzeige sagte dem ultimativen Bösen, dass es in dieser Region keine weiteren Lager geben würde. Das könnte jetzt da unten ein bisschen kritisch werden. Ja, ich höre es schon. Klung, kaputt, kaputt, kaputt. Könnt ihr euch mal beeilen. Und der mächtige Trollolo ging zu Boden. Für das ultimative Böse hatte er allerdings seine Schuldigkeit getan. Deshalb dieses angesichts seines Todes... Er ist doch nicht tot. Er ist nur ohnmächtig. So, äh, wo sind denn die Placebopillen? Waren die hier oder waren die woanders? Das Heilen 2 haben wir schon. So. Schnellere Heil-Nagas und energiegeladene Nagas. Kommt ihr da nicht an dem... an dem Ding vorbei oder was? Ist nicht wahr. Sehr schön. Dann haben wir das jetzt endlich mal durch. Und haben ein bisschen mehr Zeit, bevor... die Guts darüber kommen. Dazu die Ratten. Das funktioniert auch. Ja, ist ja sexy, ist das ja. Haben wir uns akklimatisiert? Oder? Ja. Trollolo braucht noch ein bisschen was. So, okay. Dich nehm ich mit. Dich nehm ich mit. Dich nehm ich mit. Ich nehm... die Trolle mit. Ich nehm... dich noch mit. hier... 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 und hier... hier... und Liam Neeson. Warum Liam Neeson? Er hat Skills. Auf geht's! Die letzten paar... Ey... Ach ne... Verstecktes Magiers erreichen. Nicht die letzten paar Dämonen töten. Wobei... es kommt aufs gleiche raus, glaube ich. Zapp. Oh... Zapp. Wie sie einfach chargen. Goldader erschöpft. Sehr gut. Wobei nicht sehr gut, aber sehr egal. Glaube ich. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Die Ratten. Echt jetzt? Einige weitere Dämonen hatten sich sinnlos der Horde entgegengeworfen. Hinter ihnen führte ein Eingang in den Untergrund. Das musste der Rückzugsort Gandeldors sein. Ja, dann ziehen wir mal, ne? Willkommen Totgeweihte. Hier werdet ihr stärken. Für die Schrecken. Für das einzig wahre Böse. Tentakel, Timmy. Tentakel, Timmy. Ich höre, ne Schatztruhe. Was ist das Ding? Das Ding? Oh, Böse. Oh. Das war's. Diese dursligen Dämonen, die machen unglaublich viel Schaden. Er will einfach nicht aufgehen. Geht doch. Dennoch waren seine Worte bedeutsam, denn tatsächlich dachte er, er würde dem einzig wahren Bösen dienen. Offenbar gab es dort draußen Konkurrenz. Die verbliebenen Dämonen flohen in Schalen vor der sich reichen Horde durch neu erscheinende Dämonenportale. Wohin würden sie gehen? Dies würde ein anderes Mal geklärt werden müssen. Zumindest war ihr Meister vernichtet. Und damit sind wir schon wieder fit. Es passt einfach nicht. Ich kriege es nicht hin unter einer Stunde. Naja. Aber es macht Spaß. Ich hoffe euch wenigstens halb so viel wie mir. Denn ich liebe diese Art von Spielen. Liked, kommentiert würde mir ganz viel helfen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weiter geht in dieser Richtung. Euch einen Wunderguten. Bis denn dann. Tschaußen.